Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports. Hier mal wieder ein Virus-Log. Also, oder Virus informiert. Haha, wenn ich keine Ahnung hier anfangen soll. Erstmal, ähm, eine Amputation an euch. Erstmal schön wichsen und abonnieren. Na, immer wichsen. Ey, pass auf. Ähm, ja, ich bin seit letzter Woche unterwegs gewesen. Nur wegen Arbeit. Unser Chef, der plant immer so toll. Ja, auf jeden Fall, ähm, hat es sehr Spaß gemacht. Weil eine Arbeit, äh, nur 12-Stunden-Schicht war. Und, ähm, nur zwei Tage später halt, dann ging es dann schon wieder los. Ähm, das war nur 8 oder 9 Stunden. Hat aber auch schon gereicht. Da musste man dann halt mit pikfeinen Anzug, also schwarz Hemd, ohne irgendein No-Go drauf. Normale Jeanshose und dann Lackschuhe. Joa. Das war die Veranstaltung, die ihr im Fernsehen gesehen habt. RTL 2 Promibowl. Ich stand da. Ich war dabei. Man konnte mich halt nur nicht sehen, weil ich auf einer, beziehungsweise Eingang-Ausgang stand. Ähm, aber ich war da. Der Camillo war auch da gewesen. Ja, deswegen habe ich mich leider nicht gesehen, aber macht nix. Ähm, war sehr interessant. Äh, die Jungs vom Trödeltrupp haben gewonnen. Total geil. Ja. Das ein oder andere Schwätzchen konnte ich halten, weil ich da an der richtigen Position stand. War nicht schlecht. Hm. Fand ich geil. Toll. Joa. Und, äh, ja. Äh, übernichtigen konnten wir in einem Bauwagen... Hm. Ganz toll. Oh, mir tut jetzt immer noch das Becken weh. Das, äh... Ne, ist egal. Die Leute sollen auch noch die Erfahrung machen. Deswegen werde ich hier nicht weiter ausholen. Ja. Und ansonsten, äh, die zweite Nacht haben wir uns den Arsch abgefroren. Wir waren froh, dass wir da wegkamen. Unser, äh, äh, Kumpel Sven hat uns hinterher abgeholt. Sonst wären wir auch nicht mehr nach Hause gekommen. Wir haben uns dann da noch ein bisschen parkt und zwischendurch ein paar Pokémons abgegrast in der Stadt, Winterberg. Ja, äh, ich muss sagen, hat richtig Spaß gemacht. Wetter hatten wir auch noch für ein bisschen Glück mit. Ja, und, äh, ja, es war schon... Es war mal was ganz anderes, dass man dann unter solchen Abwägen auch noch arbeiten musste. Äh, also ich weiß nicht, wie lange ich das noch mitmache oder sowas, aber irgendwann ist bei mir der Geduldsfaden auch zu Ende. Äh, äh, naja. Ich will mich da nicht so aufregeln. Bevor ich wieder zu Hause bin, jetzt kann ich mir endlich mal wieder eure Let's Plays und V-Docs angucken. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Hab ja viel verpasst in der letzten Woche. Ich bin ja auch mit dem Nerfy, aber irgendwie, hm, naja, von dem Nerf man sieht man nix. Ansonsten, ja, ähm, war es das für diese Vlog? Ciao mit V!